Hört auf mich, ihr Inseln, und gebt Acht, ihr Völker in der Ferne! Der Herr hat mich von Mutterleib an berufen und meinen Namen von Mutterschoß an bekannt gemacht. Die Ankündigung der Geburt eines Kindes löst zu allermeist große Freude im Familien- und Freundeskreis aus. Die Überbringung der guten Nachricht erfolgt in der Regel durch die Eltern. Wie ist es aber, wenn nicht einmal die Mutter von ihrem Glück weiß, aber dennoch eine solche Botschaft erhält, noch ehe sie schwanger ist? Wie soll das möglich sein, und wer soll der Überbringer einer solchen wunderbaren Ankündigung sein? Ja, sicher, unter normalen Umständen wäre dies unvorstellbar. Wir haben es aber im folgenden Fall nicht mit normalen, sondern übernatürlichen Umständen zu tun. Es handelt sich nämlich um nichts Geringeres als um die Geburt des Retters der Welt, Jesus Christus. Bis zum heutigen Tag feiert die Christenheit dieses Ereignis, die Menschwerdung des Gottessohnes. Wir brauchen keine Geschenke unter dem Weihnachtsbaum als Voraussetzung für unser Glück, denn wir haben bereits das größte Geschenk in Jesus Christus erhalten. Seine Geburt stellt den Wendepunkt für das Volk Israel und die gesamte Welt dar. Der Sohn Gottes nahm Knechtsgestalt an. Doch zunächst musste sein Kommen auf wunderbare Weise angekündigt werden. Sowohl Maria, der Mutter des Herrn Jesu, als auch Josef, ihrem Verlobten, erschien ein Engel des Herrn, der die Kunde von der Geburt des Messias überbrachte. Erstaunlich ist, dass beiden außerdem etwas prophezeit wird, was sie zu ihren Lebzeiten nicht mehr erleben sollten. Josef empfing folgende Verheißung. So lesen wir in Matthäus 1 ab dem Vers 20. Josef, Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Die Errettung des Volkes von den Sünden durch das Kreuz von Golgatha fand nach dem Ableben des Josef statt. Ihm wurde aber die große Gnade zuteil, zu erfahren, dass der Sohn seiner Verlobten eines Tages die Erlösung für sein Volk bringen würde. Auch Maria erhielt von dem Engel eine Prophezeiung, die sich erst in naher Zukunft erfüllen wird. So heißt es in Lukas Kapitel 1 ab dem Vers 31. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Die Regierung des Herrn auf Erden wird erst in seinem Friedensreich anbrechen. Dann wird das Volk Israel vom wahren Gottesstreiter geleitet werden. Demjenigen, den der Herr von Mutterleib anberufen hat und dessen Kommen auf wunderbare Weise angekündigt wurde. Auch wenn das vielen Menschen unmöglich erscheint, so können wir nur den Worten Gabriels zustimmen. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. In diesem Sinne Gottes Segen und denkt immer daran, Gott ist mit uns.